Ich freue mich, dass wir so eine erfolgreiche Foskes-Konferenz, zumindest aus organisatorischer Sicht von unserer Seite erfolgreiche Foskes-Konferenz, den ersten Teil beenden können. Es geht ja heute Nachmittag noch weiter mit einigen Open-Street-Map-Vorträgen, inklusive dem OSM-Samstag, der traditionell anschließt, der eigentlich mit zur Konferenz gehört, wir aber auch traditionell eigentlich freitags, nachmittags das Ganze mit einer schönen Keynote beenden. Und deswegen freue ich mich umso mehr, diesmal Anita Graser aus Wien begrüßen zu dürfen, mit, ich glaube, einem unfassbar interessanten Vortrag. Ich kann es mir eigentlich nur so vorstellen. Kugis ist extrem beliebt bei Ihnen allen. Es gab auch viele Vorträge zum Thema Kugis und ich freue mich daher sehr, Anita begrüßen zu dürfen und viel Spaß beim Vortrag und ich würde Ihnen das Wort übergeben. Bitteschön. Ja, danke. Dankeschön für die nette Vorstellung. Vielen Dank auch für die Einladung. Es ist schon eine Zeit her, seit ich bei der letzten Voskes war. Das war die Veranstaltung damals in Salzburg. Damals war es sehr nett, weil es in Kombination mit der Agit war und ich weiß nicht, ob Sie die Agit kennen, aber da durfte ich auch vortragen zum Thema Open Source und Open Data. Und da war es sehr nett, die Personen im Publikum zu beobachten, die teilweise halt sehr große Vorlieben für die proprietäre GIS-Systeme noch haben und dann zu beobachten, wie Sie auf die Geschichten aus dem Open Source Bereich und aus dem Open Data Bereich reagieren, war schon auch sehr unterhaltsam. Verglichen damit, denke ich, wird das heute eher ein Heimspiel sein. Sie sind ja alle schon eher affin für den Open Source Bereich und für den Open Data Bereich. Von dem her nehme ich an, ist es heute etwas entspannter, auch für das Publikum. Vom Thema her, in den letzten Tagen haben Sie ja schon viele Vorträge gehabt zum Thema von neuen Kugis-Features. Das heißt, der jetzige Vortrag wird kein Feature-Fest sein. Ich werde nicht herzeigen, was in den letzten zwölf Monaten für tolle neue Features entwickelt worden sind. Das haben Sie alles schon gehört in den Vorträgen, die in den vergangenen Tagen waren. Und stattdessen möchte ich mich darauf konzentrieren. Ja, bitte. Stattdessen möchte ich mich darauf konzentrieren, was im Hintergrund eines Open Source Projektes wie Kugis so abläuft. Im Hintergrund, was ist notwendig, um all diese Funktionalitäten in der Form zur Verfügung stellen zu können, wie wir es derzeit tun. Für all die, die mich vielleicht bisher noch nicht im Detail kennen oder nur aus GIS-Stack-Exchange zum Beispiel von der Beantwortung von diversen Kugis-Fragen, beruflich bin ich im Forschungsbereich unterwegs. Ich arbeite am Austrian Institute of Technology und arbeite dort vor allem an der Analyse von Bewegungsdaten. Das heißt, dazu findet man auch sehr viele Beiträge auf meinem Blog und in meinen Publikationen. Aber ehrenamtlich kümmere ich mich eben oder engagiere ich mich sehr im Open Source-GIS-Bereich. Ich war eine Zeit lang im OSGio Board of Directors und ich bin seit 2013 im Kugis Project Steering Committee. Und da hat sich in den letzten Jahren natürlich sehr viel getan und einiges davon werde ich auch kurz ansprechen heute in meinem Vortrag. Das Kugis-Projekt gibt es mittlerweile seit, also es ist schon fast volljährig, könnte man sagen. Es ist jetzt 17 Jahre alt, das Projekt. Und gestartet hat alles mit unserem Kollegen Gary Sherman, der im Jahr 2002 in Alaska einen PostGIS-Viewer entwickeln wollte, der auf seiner Linux-Maschine zu Hause funktioniert. Und glücklicherweise hat er sich eben dazu entschieden, das basierend auf Qt zu machen, was es uns heute ermöglicht, dass Kugis auf verschiedenen Plattformen läuft. Das heißt, es ist verfügbar auf Linux, Windows, Mac und mittlerweile auch Android. Und heute, in den letzten Jahren, hatten wir immer alle vier Monate ein neues Release und wir haben mittlerweile eben jedes Jahr ein sogenanntes Long-Term-Release, das dann über zwölf Monate hinweg Bug-Fixes erhält und dementsprechend für Anwendungen in größeren Betrieben oder an Universitäten, wo man damit unterrichten möchte, mehr Stabilität liefert. Dafür muss man dann eben im Notfall auch zwölf Monate warten, bis man die schönen neuen Features eben auf seinem Rechner zur Verfügung hat. Zu den tollen Features zählen natürlich mittlerweile wirklich sehr, sehr großartige Werkzeuge für Kartenerstellung, aber auch eben für die Datenanalyse, wenn man in dem Bereich mehr zu Hause ist. Und neben der Desktop-Applikation, die wahrscheinlich die meisten von Ihnen kennen, ist Kugis eben auch die Plattform für viele andere Entwicklungen. Das heißt, Developer können auch ihre eigenen Lösungen bauen und die bekanntesten davon sind sicher auf der einen Seite diese mobilen Datensammellösungen, die entstanden sind, wie zum Beispiel Q-Field und Q-Rome, also entweder für Windows Mobile oder für Android. Aber auch natürlich der Kugis-Server, der mittlerweile schon sehr weit gediehen ist und im Kern eben auf der gleichen Libraries aufbaut wie Kugis Desktop. Ganz grob, was ist im letzten Jahr so passiert? Das letzte Jahr stand voll im Licht der neuen Q-GIS-3-Version, die wir Anfang des Jahres eben veröffentlicht haben. Also es gab wieder drei Releases, 3.0, 3.2, 3.4. Die Releases erkennt man immer an den geraden Zahlen am Ende, während die Versionen 3.1 und 3.3, das wären eben die Entwicklerversionen, die dazwischen eben regelmäßig zur Verfügung stehen und die man testen kann oder wenn man eben ein Feature beauftragt hat, immer wieder ausprobieren kann. Und diese Developer-Versionen sind immer gekennzeichnet durch diese netten Splash-Screens, wie hier von den Kollegen, die in Sansibar beim Developer-Meeting waren. Und damit soll eben auch visuell klar erkennbar sein, ob man sich mit einer Release-Version beschäftigt oder mit einer Developer-Version. Zusätzlich habe ich auf diese Timeline noch gegeben, einen ebenfalls sehr netten Milestone vom Projekt dieses Jahr war, dass der Kugis-Server zertifiziert wurde, derzeit einmal der WMS-Server als Referenz-Implementierung für OGC-WMS-Standard. Und es wird auch angestrebt, das eben für den WFS auch zu bekommen, auch diese Zertifizierung durchzuführen. Und dieses Jahr haben wir mittlerweile schon 3.4 erhoben in den Status des Long-Term-Releases. Das ist der erste Long-Term-Release aus der 3er-Version. Und parallel dazu wird es jetzt die regulären Releases geben, so wie 3.6-NUSA, benannt nach einem Entwickler-Meeting in Australien. Also alle diese Namen, die vorkommen in den Kugis-Releases, sind Orte, an denen Entwickler-Meeting stattgefunden hat. Das ist eines der Goodies, die man praktisch bekommt, wenn man ein Entwickler-Meeting organisiert. Dann benennen wir einen Release nach diesem Ort. Wie funktioniert also das Kugis-Projekt? Die kurze Antwort, too long didn't read, ist einfach einmal gut. Ich denke, wir brauchen uns mittlerweile einfach nicht mehr verstecken vor den etablierten, proprietären GIS-Systemen, die da draußen so herum verwendet werden. Also die Tendenzen in manchen Ländern sind wir mittlerweile schon mit der Kugis-Kurve über den proprietären Anbietern in diesen Google Trend Results. Also wenn man das Gleiche für Frankreich ansieht, ist es zum Beispiel schon drüber. Was wir oft gefragt werden, ist, ob wir irgendwelche Informationen haben, wie viele Nutzer Kugis denn hätte. Weil das wäre natürlich auch toll zum Angeben, wenn man sagen könnte, ja wir haben eine Million Nutzer oder wie viele auch immer es sein soll. Ist für uns natürlich schwierig zu messen, weil wir verkaufen keine Lizenzen, wir können die nicht einfach abzählen. Das ist blöd. Wir haben auch mal überlegt, zu Sachen zu messen, wie viele Zugriffe gibt es auf den Plugin-Repositories, weil jeder Kugis-User oder wenn er Kugis startet, da wird einmal das Plugin-Repository gepollt, um zu sehen, ob es neue Versionen von den Plugins gibt. Das könnte man zählen. Wir hatten auch einmal gezählt, wie viele Leute die Windows-Installer downloaden von unseren Servern, aber da kriegt man natürlich dann nicht mit. Erstens einmal alle, die offline arbeiten, man bekommt nicht mit. Alle, die Kugis über irgendwelche Repositories installieren oder auch die Mac-Installer, die von verschiedenen Leuten eben zur Verfügung gestellt wurden, konnten wir damit auch nicht zählen. Das heißt, die aktuellsten Zahlen, die wir jetzt so kommunizieren können, sind Zugriffe auf die Webseite aus der Cloudflare-Statistik wo wir eben erkennen können, wie sich entwickelt der Traffic auf der Seite mit über 100 Terabyte im Monat oder auch wie viele eindeutige Besucher wir auf der Seite haben, 750.000 und eben auch die Länder, aus denen das größte Interesse kommt, was interessanterweise oder netterweise sehr international ist, also von den USA über Frankreich, Deutschland, Italien und Brasilien auf der fünften Stelle. Das war jetzt die kurze Antwort auf die Frage, wie funktioniert das Kugis-Projekt? Aber die tatsächliche Antwort auf diese Frage müsste eigentlich sein, es funktioniert, weil es wahnsinnig viele Leute gibt, die sich engagieren und die dazu etwas beitragen. Und mir ist es immer ganz wichtig zu betonen, dass ein Open-Source-Projekt nicht nur aus Developern besteht. Natürlich sind die Developer und die Anwender jetzt die sichtbarsten Gruppen und die, an die man sofort denkt, wenn man über Open-Source-Projekte redet. Aber es gibt eben noch so viele andere Gruppen auch, die einen wichtigen Beitrag leisten, damit so etwas funktionieren kann. Wenn wir mal kurz bei den Entwicklern und bei den Anwenderinnen bleiben, dann haben wir da natürlich viele Entwicklungen in letzter Zeit, die dazu beigetragen haben, dass es noch schneller vorangeht, dass Innovationen noch schneller durchgeführt werden können. Zum Beispiel gab es in den letzten zwei, drei Jahren sehr viele erfolgreiche Crowdfunding-Initiativen. Die gibt es sowohl getrieben von Entwicklern, die sagen, ich würde dieses und jenes Feature umsetzen und brauche dafür x, y Euro. Die gibt es aber auch getrieben, zum Beispiel von Anwendergruppen. Wenn die Anwendergruppe sagt, wir haben so und so viele Anwender bei uns im Verein und die brauchen alle ein bestimmtes Feature, weil das bei uns im Land eben so anders gehandhabt wird als international, wenn man einen bestimmten Standard, den man berücksichtigen muss, dann kann auch diese Nutzergruppe eben eine Art internes Crowdfunding oder vielleicht auch mit externen dann starten. Und das hat in den letzten Monaten wirklich gut funktioniert. Und es werden auch immer mehr von diesen Anwendergruppen, was uns sehr freut, um eben auch der lokale Ansprechpartner zu haben und nicht nur die Kern-Team-Mitglieder im QGIS-Team. Neben den Entwicklern und Anwenderinnen gibt es dann eben auch die ganzen anderen Gruppen, die auch extrem wichtig sind, damit alles am Laufen bleibt. Und wenn man von am Laufen bleiben spricht, ist natürlich die ganze Infrastruktur-Thematik extrem wichtig. Also sowohl der Betrieb der Software, wie zum Beispiel der Plug-in-Plattform oder der Ticket-Plattform, indem man regelmäßig Updates einführt, aber auch die inhaltliche Betreuung dieser Plattformen. Jedes Mal, wenn ein Plug-in hochgeladen wird, dann muss jemand darauf schauen, ist das eh okay oder hat da irgendjemand Blödsinn hochgeladen, der nicht veröffentlicht werden kann in der Form. Dafür braucht man also jemanden, der sich verantwortlich fühlt. Und auch für die Tickets braucht es jemanden, der sich dafür verantwortlich fühlt, damit nicht zehnmal das Gleiche drinnen ist, sondern der muss sagen, okay, das hatten wir schon, das können wir schließen. Sonst hat man dann 10.000 Tickets und kein Entwickler kann mehr durchblicken und schauen, was er denn angehen sollte, also welches davon behoben werden muss und wie die Priorisierung ist. Dann natürlich ganz wichtig, das Dokumentationsteam. Und das geht von wirklich der Kerndokumentation, die man auf Kugis.org findet. Das heißt, es gibt mittlerweile ein neues Benutzerhandbuch für den Long-Term-Release Kugis 3.4. Es gibt seit Kugis 3 auch eine tolle neue Python-API-Dokumentation. Alle diese Sachen müssen eben geschrieben werden und aktualisiert werden. Und das kann man sich wahrscheinlich vorstellen, das ist ein relativ undankbarer Job. Die Entwickler freuen sich, die haben neue Features, die User freuen sich, die haben neue Features, aber irgendwer muss dann halt zusammenschreiben, wie das alles funktioniert. Und natürlich gibt es dann neben diesem Kernteam an Dokumentation noch die vielen anderen Leute, die auf ihren eigenen Blogs eben Tutorials publizieren oder Bücher schreiben über Kugis. Und dadurch gibt es noch eine viel größere Mannschaft eigentlich an Leuten, die Materialien erzeugen, die nützlich sind für Anwender. Das ist dann auch so ein bisher fließender Übergang zu dem, was ich hier Community-Team nenne. Das ist einerseits all die Leute, die sich damit beschäftigen, Veranstaltungen zu organisieren, sei es jetzt Anwender treffen oder sei es auch diese Entwickler treffen, für die man dann eben einen Release nach sich benannt bekommt. Ich zähle zum Community-Team auch die Leute, die sich derzeit den Kopf darüber zerbrechen, wie man ein Zertifizierungsprogramm für Kugis-Kurse erstellen kann. Wir wurden nämlich oft gefragt, ob es irgendwie die Möglichkeit gibt, zu sagen, welche Kursanbieter denn offiziell sind oder irgendwie abgesegnet. Und da gibt es eben jetzt erste Bemühungen, so ein Zertifizierungsprogramm in die Gänge zu bekommen, das auch dann ein bisschen was zurückgibt an das Kugis-Projekt. Dann eine zugegebenermaßen kleine Gruppe, aber auch wichtig für den Außenauftritt und wie das Projekt wahrgenommen wird von Menschen, die nicht zu tief drin stecken, ist natürlich alles, was Design angeht, damit das User-Interface gut aussieht, die Icons, die Webseite, die Splash-Screens, also diese ersten Kontaktpunkte, wo man sich denkt, okay, schaut das nur wie ein Hobby-Projekt aus oder schaut das zumindest ein bisschen professioneller aus. Und demgegenüber eine wesentlich größere Gruppe, das ist das ganze Übersetzungsteam. Kugis ist ja mittlerweile in 48 Sprachen verfügbar. Nicht alle davon sind hundertprozentig übersetzt wie die deutsche Version oder die französische Version, aber trotzdem, da steckt viel Arbeit dahinter und es wird ja nicht nur die Anwendung übersetzt, es werden teilweise auch die Handbücher übersetzt und die Visual Change Logs, wo man die neuen Features präsentieren, die in jeder neuen Version drinnen sind. All diese Sachen werden eben vom Übersetzungsteam betreut. Und ganz wichtig, nicht nur für die Organisation von Events, sondern vor allem auch zur Finanzierung von Entwicklungsaufwand, sind natürlich unsere Sponsoren und Spenderinnen, von denen wir mittlerweile doch einige weltweit haben. Das sind unter anderem eben Anwendergruppen, die Schweizer, die Deutsche, auch aus den UK zum Beispiel und dann eben ganz viele verschiedene Firmen, die Kugis dankenswerterweise unterstützen. Last but not least, unten drunter habe ich noch das Project Steering Committee eingetragen, das sich um Organisation des Projektes, um so spannende Sachen wie das Schützen der Marke mithilfe einer Trademark gekümmert hat in den letzten Monaten oder auch einen Verein zu etablieren, der diese Marke eben dann innehält und dem diese Marke gehört. Und derzeit gibt es sechs Project Steering Committee-Mitglieder. Die beiden anderen Herren, der Gary Sherman und der Tim Sutton, sind Ehrenmitglieder im Project Steering Committee. Deswegen acht Gesichter auf dieser Folie. Es sind also viele Leute in Kugis und all die tragen dazu bei, dass es so gut funktioniert. Die Frage ist natürlich, warum machen die das? Wie kann man die motivieren, dazu beizutragen? Und für mich ein ganz wichtiger Aspekt ist eben diese Community und dieses Kennenlernen und Zusammenarbeiten können mit vielen Menschen weltweit. Und wie Dr. Michelle Tobias hier richtig sagt, dank Kugis hat sie eben Freunde weltweit. Und ich muss sagen, für mich trifft dasselbe zu. Es ist jetzt nicht nur so, dass ich eben die Kernentwickler kennengelernt habe und mit denen zusammenarbeiten kann. Auch bei diversen Plugin-Entwicklungen hatte ich immer wieder das Glück. Zum Beispiel bei Time Manager, plötzlich taucht ein Kollaborator auf, die Carolina, früher aus der Schweiz, jetzt in London, die mittlerweile extrem viel zu diesem Plugin beigetragen hat. Oder eine andere PG-Routing-Layer-Plugin, das ich angefangen habe, wird mittlerweile eben von Vicky Vergara und dem PG-Routing-Team, sie ist in Mexiko und die anderen sind auch weltweit verteilt, übbetreut. Und das sind Kontakte zu Menschen, die ich so ja nie kennengelernt hätte, wenn es diese Möglichkeit, diese Community nicht gäbe. Das sind die tollen Sachen an Kugis, aber natürlich gibt es auch Herausforderungen an einem Projekt dieser Größe. Und speziell bei Kugis.org haben wir zum Beispiel folgende Herausforderung. Der Verein an sich hat keine Angestellten. Das heißt, es gibt ganz viele Personen, die ehrenamtliche Rollen übernehmen im Verein. Und Kugis war von Anfang an, ich habe es gesagt, Gary Sherman hat begonnen, allein zu entwickeln. und es sind dann immer mehr Leute dazugekommen, aber es gab nie eine Firma oder eine Uni, die wirklich alle Kernentwickler versammelt hätte und die gemeinsam kontrolliert, in welche Richtung es gehen soll. Anstelle dessen haben wir sehr stark diese Tradition der Bottom-up-Entwicklung. Das heißt, es gibt Kundenanforderungen oder ein Entwickler hat irgendwie ein eigenes Problem, das er fixen möchte und das wird dann eben implementiert. Anstatt, dass es eine gemeinsame Roadmap, eine strikte gäbe, wie es in anderen Projekten manchmal der Fall ist. Das heißt, auch die Entwickler arbeiten für verschiedene Fostfirmen. Entweder haben sie ihre eigene Firma oder sie sind halt irgendwo angestellt, was naturgemäß zu Reibereien führen kann, weil man irgendwo auch in einer Konkurrenzsituation ist. Und schlussendlich haben wir natürlich eingeschränkte Geldmittel. Nur ich habe unsere Sponsoren und Spender schon angesprochen. Letztes Jahr war unser Budget bei circa 150.000 Euro und ich werde dann noch ein bisschen genauer darauf zurückkommen, was wir damit so getrieben haben. Um überhaupt einmal das Ganze zu organisieren, auch was machen wir mit diesen 150.000 Euro, haben wir uns irgendwann entschieden, das Project Steering Committee allein möchte das nicht mehr alles entscheiden, sondern wir sehen die Notwendigkeit, das strukturierter anzugehen und haben deswegen einen Verein gegründet. Und jeder gute Verein muss natürlich einen Sitz in der Schweiz haben. Das macht man so. Da ist auch das Geld gut aufgehoben. Das heißt, da gibt es das Konto, die Trademark ist eben dort. Und der Verein ist eben der Partner für die Sponsoren und hat die ganzen Domains. Und die stimmberechtigten Mitglieder im Verein setzen sich zusammen einerseits als Repräsentanten von den Anwendergruppen. Das heißt, jede offiziell anerkannte Anwendergruppe kann ein stimmberechtigtes Mitglied entsenden. Und andererseits, um diesen Anwenderfokus auszubalancieren, haben wir uns entschieden, dass genauso viele Personen aus der Community die von den Kernentwicklern gewählt werden sollen. Um eben auch die Entwicklerperspektive in diesem Entscheidungsgremium genauso gut darstellen zu können. Und für den Fall, dass wir jetzt, jetzt haben wir 50-50, dass sich die irgendwie nicht einigen können, gibt es noch ein stimmberechtigtes Mitglied von OSGU, den Tiebreaker, falls der irgendwann einmal notwendig werden sollte. Und die wählen eben unter anderem das Project Steering Committee und den Vorstand des Vereins und müssen eben den Kassier entlasten und all diese Sachen, die man in einem Verein dann braucht. Das heißt, das ist eine Möglichkeit, so ein bisschen Mitsprache zu ermöglichen in so einem großen Open Source-Projekt, wo natürlich, wenn jeder auf die Mailing-Liste schreiben würde, da wäre ziemlicher Traffic, das müsste man dann schon Vollzeit machen. Aber eben mit diesen Nutzergruppen und ihren stimmberechtigten Mitgliedern gibt es da gewisse Kanalisationen, hoffentlich. Und auf Entwicklerseite gibt es mittlerweile auch nicht mehr nur die Mailing-Liste, sondern es gibt auf GitHub, strukturiert in Tickets, die Möglichkeit, QGIS Enhancement Proposals, QEPs zu diskutieren und eben eine gemeinsame Entscheidung für neue Features, die wirklich substanziell in die Applikation eingreifen zu finden. Neben den vielen Leuten im Projekt, die man irgendwie managen muss, gibt es natürlich auch viel Infrastruktur, viele Tools, die verwendet werden. Auf der einen Seite die ganzen Entwickler-Tools für den Source-Code, für Tests, für die Webseite und andererseits haben wir dann natürlich noch ganz viele andere Tools zur Kommunikation mit Außen, mit der Öffentlichkeit oder auch intern im Projekt. Wir hatten zum Beispiel früher unsere Project Steering Committee Meetings auf IRC, so wie es die OSG immer noch macht, sind aber mittlerweile umgestiegen, machen das per Video-Conferencing, um das Ganze effizienter zu gestalten. Und dann gibt es natürlich auch noch die Payment Provider, die man in den Griff bekommen muss, um Unterstützung von den News und finanzieller Art und Weise eben lukrieren zu können. Und ich habe es vorhin schon kurz angesprochen, diese finanziellen Einnahmen waren letztes Jahr 150.000 Euro. Die Aufteilung ist zwei Drittel von den Sponsoren, ein Viertel von Spenden. Das sind eben die Sachen, die zum Beispiel über die Webseite kommen, über PayPal, über Stripe oder auch per Direktüberweisung. Und dann gibt es noch diese kleinen Ausschnitte, die sind teilweise schon von dem Zertifizierungsprogramm, teilweise direkte Beiträge für Bugfixing. Das Problem ist jetzt, und diese Pay ist absichtlich größer, dass QGIS 3 recht teuer war. Also QGIS 3 in der Qualität, wie es jetzt zur Verfügung steht, zum Machen, hat uns mehr Geld gekostet, letztes Jahr, als wir eingenommen haben. Das heißt, wir sind durch zusätzliche 30.000 Euro unserer finanziellen Mittel durchgebrannt, um vor allem für das Bugfixing genügend Ressourcen zur Verfügung stellen zu können, damit genug Entwicklerstunden eben auch genau darauf fokussiert werden. Andere große Punkte im Budget ist das Grant Proposal. Das ist eine Initiative, die wir gestartet haben, um so Projekte auch durchführen zu können, die schwierig an Kunden zu verkaufen sind. Maintenance-Sachen, aber auch eben im Hintergrund Tools abzudaten, die für den Änderung, wenn da jetzt nicht kurzfristig ein Gewinn sind. Das Ganze wird offengelegt. Sie finden die Details alle auf der Webseite. Die Mittel werden also verwendet, um Kugis besser zu machen, für bezahltes Bugfixing, für bezahltes Dokumentationsschreiben. Wir fördern Projekte und eben auch Community-Treffen, was ganz wichtig ist, um auch das Vertrauen untereinander eben aufrecht zu erhalten. Aber schlussendlich das Wichtige und was ich mitgeben möchte ist, Kugis ist eben eine Duocracy. Damit Sachen erledigt werden, muss sie jemand machen. Und wir als Project Steering Committee können nicht irgendjemanden aufzwingen, eine gewisse Sache zu machen, sondern die müssen schon von selbst herkommen. Und so wie Gary Sherman vor 17 Jahren eben angefangen hat, Kugis zu entwickeln, so hoffe ich, dass wir das auch weiter treiben können in einem großen Team. Dazu gibt es natürlich viele Fragen, wie wir uns weiter verbessern können. Eine große Frage ist, wie man den Dokumentationsprozess verbessern kann, damit sich mehr Menschen daran beteiligen können. Es gibt weiterhin noch einige ungeklärte Fragen, wie man den Installer für OS X vereinheitlichen kann. Immer wieder wird diskutiert, ob die Issues auf GitHub oder GitLab transferiert werden sollten von unserer jetzigen Redman-Infrastruktur. Das Zertifizierungsprogramm habe ich schon angesprochen. Falls Sie da Interesse haben, bitte klinken Sie sich ein. Da gibt es sicher von einigen noch Unterstützungsmöglichkeiten. Dann wird aktuell diskutiert, zum Beispiel, wie man auf diese Liste der Supportanbieter auf der Webseite draufkommt und ob es die geben sollte. Und schlussendlich natürlich die Frage, können wir mehr Sponsoren auftreiben oder müssen wir das Bug-Fixing wieder zurückschrauben? Das sind so Sachen, die uns aktuell beschäftigen. Es gibt also genug zu tun. Ich habe sie aufgelistet von einfachen Sachen, wie Probleme melden, die jeder User machen soll. Über Dokumentation schreiben, da gibt es aktuelle tolle Initiativen, hoffentlich von Google. Das nennt sich Google Season of Documentation, parallel zum Summer of Code, den Sie über die letzten Jahre schon gemacht haben. Falls sich also irgendwer von Ihnen berufen fühlt, in die Richtung, was zu machen, Google Season of Documentation für Google ist für eine tolle Idee. Und auch mit den sonstigen Sachen können Sie gerne beitragen. Das heißt, jeder ist willkommen und ich hoffe, Sie konnten da was mitnehmen. Vielen Dank. Ja, danke Anita nochmal für den schönen Einblick in Kugels. Falls Fragen sind, denke ich mal, du gehst ja gleich nicht direkt hoffentlich, sondern bleibst noch vielleicht eine halbe Stunde. Ich bin auf jeden Fall noch da. Du bist noch da, genau. Das heißt, trauen Sie sich, sprechen Sie sie an, sie beißt nicht. Von daher, wenn Sie Fragen loswerden wollen, immer raus damit. Und von daher würde ich dann nämlich gleich, weil die Zeit natürlich auch knapp ist, zum nächsten Programmpunkt übergehen. Sie dürfen gerne nochmal applaudieren, würde ich sagen. Vielen Dank. Vielen Dank.